Christoph 47 im Landeanflug. Ein Notfall. Die Menschen in Vorpommern vertrauen auf die Universitätsmedizin Greifswald. Das Klinikum stellt sich täglich dieser großen Verantwortung als Versorger der Region. Nur durch den unermüdlichen und leidenschaftlichen Einsatz aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelingt es den Menschen hier ein starker Partner zu sein. Mit gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung fördern wir Kreativität und Innovation, um für sie das Bestmögliche zu tun. Wir sind eigentlich auch wahrscheinlich aber auch durch die Kinder so geprägt. Wir sind alle ganz locker und hier kann auch Krach und Lärm sein und die Patienten umherlaufen. Ich mache das hier auch schon viele Jahre und so mit Kindern ist es eigentlich immer so, man bekommt von den Kindern ganz viel zurück. Ich würde nichts anderes machen wollen. Und so meine Mitarbeiter, die hier sind, die sagen auch alle, also Kinder, Krankenschwester, möchten sie bleiben, möchten nichts anderes machen. Die Universitätsmedizin Greifswald ist ein Ort für Visionen. Wir wollen inspirieren und für sie gemeinsam jeden Tag immer noch ein bisschen besser werden. Mit innovativen Methoden und Therapien. Das Schöne an dieser Arbeit ist, dass man im Team arbeitet, das heißt ganz eng mit den ärztlichen Kollegen zusammen, dass man sich gegenseitig unterstützt und dass es auf beide Parteien ankommt. Sodass man jedes Mal eine Herausforderung hat, bei jeder Untersuchung und der Erfolg hängt davon ab, wie man zusammen arbeitet. Man muss wissen, was der ärztliche Kollege braucht und darauf kommt es an. Und bei Endoskopie ist vor allen Dingen ganz wichtig, dass man Fingerfertigkeit hat, Gefühl hat. Also ich bin mit Leib und Seele Endoskopie Schwester. Ich bin seit 1983 in der Geburtshilfe tätig und möchte gar nichts anderes mehr machen. Jetzt ist es sehr modern, sehr zentralisiert. Man kann sofort, wenn irgendwelche Probleme sind mit dem Kind oder mit der Mutter, sofort den Spezialisten ranrufen. Das Besondere ist, dass es immer wieder abwechslungsreich ist, dass es sehr schön ist, neues Leben mit zu begleiten, zu sehen, wie glücklich die Eltern sind. Den Eltern in die Augen zu gucken und einfach Ratgeber zu sein, den Eltern zu helfen, sie zu entlassen mit Sicherheit. Das ist das Schöne. Der Mensch im Mittelpunkt der Universitätsmedizin Greifswald.